Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf Amis Kanal, Leute! Und zwar, wie ihr seht, kommt viel Schnee, ah! Leute, Weihnachten kommt immer näher, wisst ihr was? Wir feiern keine Weihnachten, wir machen Tournachten! Aber sollen wir erst mal für die Stimmung gleich kommen, ja? Da bin ich hier natürlich ein schönes Geschenk für die Leute hier. Happy Tournachten! Kabumm! Leute, was für ein Südenfest? So starten wir natürlich mit ein bisschen Spaß machen, wo ihr wirkt. So! Ich habe mir angeguckt. Guck mir nicht an! Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht wissen. Ist alles gut. Ja, genau, lauflos. Ich habe mir angeguckt. Ah, aber Leute, lasst uns mal das Auto in Tournachten vorbeleiten. Was war das? Hey, wer bist du? Ho, 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 der Weihnachtsmann ist da. Du wirst nicht das Weihnachten zerstören. Warte mal. Hast du mein Haus kaputt gemacht? Bleib stehen! Bleib stehen! Ah, bleib stehen! Oh, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Händel hoch! Händel hoch? Hä? Wo ist denn hin? Warte, war das der Weihnachtsmann? Hat er mein Auto angegriffen? Ah, 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 so nicht, Leute, so nicht, ah? Ich mag Weihnachten, aber meine Autos! Du, verdammt, Alter, das gibt Lacke! Oh, wir müssen unbedingt... Oh, Leute, was sollen wir denn machen? Ja, am besten geht... Jetzt geht es als allererst am besten zu lustig. Der kann mir bestimmt sagen, wie man machen kann gegen den Weihnachtsmann, ah? Der kann bestimmt sagen, wo wir wohnen. Was haben wir nicht vor? Die wollen auf einen Tempel gehen, oder? Weg von meinem Tempel! Ja, Lestik, du auch weg! Na, dicke, du los! Wir fahren sehr zu lustig, um zu gucken, wie wir vielleicht Informationen über diesen Weihnachtsmann haben, weil ich kenne den Nick, ah? Der war noch nie hier. Und der will nicht mein Tornacken kaputt machen, Leute! Oh, 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 oh! Jetzt geht es immer um Tornacken, ah? Wir müssen Tornacken letten, Leute! Nicht, dass Weihnachten wieder mal nimmt! Let's go! Oh, aus dem Wickel! Mein Gott, Alter, ich muss doch irgendwie herausfinden, wo dieser Weihnachtsmann ist. So, wir gehen jetzt erst mal zu Lustig. Oh, nein, das ist der Sicherheitsmann, der will mich bestimmt durchsuchen, oder? Ich habe alle meine Waffen dabei. Ich habe eine Idee, Leute, ich weiß, wie wir das machen. Tut mir leid, gar lustig, ich weiß, ich mag sowas ungern, aber... Gut, nackt. Mein Gott. Oh, nein, jetzt hat der Typ das gesehen. Du hast nichts gesehen, du hast uns verstanden! Du sollst nicht da wählen. Hab Angst! Na gut, selber schuld. Selber schuld! So, Leute, wir gehen am besten jetzt mal als Nächsten auf zu klein. So, und dann gehen wir ganz nett zu Lustig. Und auf Knopf lücken. Nein, 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 nein. So, ey, wir dürfen zu teuer zu süßen bekommen, dass der sich anlegt mit Tornacken. Nein, ich glaube, meine Hände pfeifen. Lasse! Lasse! Hä? Ja, Torn, was geht ab? Ja, du musst ein Gefangentum für mich. Warte, ich kann gerade nicht, ich bin doch am Arbeiten. Ja, passt. Du kannst ja wieder in der Arbeit machen, wir blocken in der Arbeit. So, hier, das Verbeobachtungsfilm. So, was brauchst du denn? Okay, Lussik, bist du jetzt voll da, oder muss ich dich erst motivieren? Ja, also ein bisschen harter Tag heute, aber ich bin da. Okay, so. Ja, okay, Torn, okay, reicht. Ja, du musst ja dich gleich übertragen, für was? Wieso? Ja, ich will halt ausfinden, wo Weihnachtsmann wohnt. Keine Ahnung, auf dem Nordpol? Nein, der wohnt in der Santos. Ja, okay, Torn, guck mal, das Ding ist, du kommst hier rein, machst hier Bomben, mein Ding ist irgendwie so ein Weihnachtsprank hier, oder was? Wie ein Plank? Weihnachtsmann kam zu, hat all meine Autos kaputt gemacht. Ich will wissen, wo der wohnt. Okay, ja, ich bin auch der Weihnachtsmann. Alles klar, Torn, ich arbeite jetzt weiter, ja? Ja, lustig. Jeder weiß, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Lussik! Alter, Torn, was ist denn hier? Ich meine, das ist ernst, meine Autos sind alle kaputt gemacht. Ich will wissen, wo der wohnt, du nimmst dich nicht ernst. Ich glaube, ich muss jetzt echt ernst machen. Alter, ich weiß doch nicht, wo der Weihnachtsmann wohnt. Doch, guck mal, der muss verblästchen gemacht haben. Äh, 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 äh... Gib mal ein Santa Kuss! Oh, bist du... Oh, Entschuldigung, ich habe auch sehr auf den Kopf geglückt. Aber ich habe nicht alles kaputt gemacht! So, Santa Claus, also es gibt ein paar Leute, die sich als Weihnachtsmann verkleiden, hier in der Avenue 12, hier in der Avenue 15 arbeitet auch einer als Santa Claus. Keine Ahnung, welchen du suchst, Mann. 12 von 15, okay, ich merke mir das. Ich werde mal gucken, was da ist, ja? Ich glaube, ich kann mir nicht nochmal blauchen. Okay, ciao. So! Mein Gott, der hat mich nicht ernst genommen. Was soll das, ah? Verdammte... Oh, verdammte FIP! Oh. Entschuldigung, du sagst. Egal, Leute, jetzt einfach bei FIP hat auf der SMS-Clap bekommen, als ich mir geglaubt habe, na? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter und gucken uns mal diese Anwesen an, wo ein Gebiss dieser Santa Claus wohne, so, Leute. Irgendwann, wenn wir den SMS-Hups nehmen. Oh, da haben sie wieder Ersatz, oder was? Oh, jetzt wissen Sie, dass ich da war. Mein Gott! So, weg mit dir. Zwölf! Oh mein Gott, die ist im Weg. Warte mal, oh, das muss hier sein. Guck mal, Leute! Viele Autos! Wach, Männer! Ich glaube, das muss Weihnachtsmann sein, ne? Doch, 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 Leute, die besützen den bestimmt. Deswegen Weihnachtsmann. So, jetzt heißt... Okay, du wolltest ihn mit vorne anlegen? Gar kein Problem. Gar kein Problem! So, meine Freunde. Oh, der Freund war... Der ist gut bewacht gewesen, ne? So. Oh, da ist jemand. Oh, verdammt, Leute, wie soll ich am besten hier leihen, Mann? Ich muss nur am besten ein bisschen langsam... Oh, ich wollte leise le... Egal. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Könnt ihr ihn haben. Ihr wollt... ...du an Mafia-Style haben. Ihr kriegt... ...du an Mafia-Style! Komm her! Wow, 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 wow! So, okay, die ersten sind... Oh, da kommen immer mehr! Wow! Wow, die kommen... Alle hier, raus! Was ist los mit euch? Magmatyps zu hier! So! Du weg! Wow, wow, wow! Was hast du denn alle gemacht? Komm, raus! Komm, raus! So, ihr habt gedacht, ihr könnt mich damit aufhalten oder was, ne? Ihr habt wirklich gedacht, ihr könnt mich damit aufhalten! Guten Tag! Oh, Officer! One ist da! So! Ja, die haben wohl gedacht, dass... Wow, 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 wow! So! Alle rausgesaltet! Abgeschlossen! Hallo! Oh, hier ist keiner drin. Dann denkst du wirklich, du kannst dich vor mir verstecken! Weihnachtsmann! Ha! Oh, hier ist er nicht. Wir müssen weiter gucken, wir müssen weiter gucken. Vielleicht... Vielleicht hier in dem Gaming-Zimmer. Ha! Hä? Okay, hier ist er auch nicht. Was ist er nicht unten irgendwo? Unten! Oh, verdammt! Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Okay, wohnst mal sauber! Hm. Na, guckst du für mich mit? Huh! Wir sind hier... Hallo! Hände! Oh! Hä? Warte mal. Bist du der Weihnachtsmann? Hä? Was ist denn los hier? Oh, ich hab meine Männer umgebracht. Was wollt ihr? Hallo! Ja, sagst du mir noch. Warte mal, hast du meine Autos kaputt gemacht. Was reden Sie denn da? Was hast du gegen Tornnackt denn? Äh, was reden Sie da? Ich bin Klaus. Mein Name ist Klaus. Ja, Sander Klaus! Nein, mein Vorname ist Klaus und mein Nachname ist Santos. Oh. Klaus Santos. Officer Army Legendary Eagle 2. Oh, ja, ähm. Ja, was ist denn hier los eigentlich? Kennen Sie auch noch von damals? Sie waren doch auch mal ein Soldat. Verdammt, der ist weg. Ähm, nein. Was ist denn hier los? Haben Sie hier... Ah, nur ein Missverständnis. Ja, ich geh wieder. Ja, sind Sie wahnsinnig. Sie können doch nicht hier einfach die Menschen umbringen. Ah, da haben Sie List. Da haben Sie List. Da bin ich noch, wenn Sie gesehen. Es tut mir leid, ja? Hallo. Was ist denn hier? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? So, mein Name ist ein bisschen ein paar kaputt hier. Oh, mein Gott, Ludwig, wir nehmen wir mehr. Ähm. Was ist denn hier passiert jetzt schon wieder? Ja. Ich habe keine Lust mehr, nee. Ich packe jetzt meinen Koffer, ich gehe in Rente. Ey, das reicht mir doch, ja, ey, 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 ey. Ja, gut, wir haben uns nie gesehen, na? Wünsche eine schöne Lente, ja? Ich werde Ihnen was überweisen fürs Klappe halten. Ja, überweisen Sie mal, nee. Dann kann ich auch mit meinem Fenster ja ein bisschen in Dubai flitzen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Oh, Leute, das ist mir ein bisschen peinlich. Das war... Das ist San... Klaus... Santos, nicht Santa Claus. Das ist lustig, Schuld. Das war lustig, Schuld. Ihr habt damit... Gar nichts zu tun. Gar nichts. Okay, dann lass uns mal ein bisschen mal gucken hier. Ja, Leute. Oh, hä? Da ist doch... Da ist doch Santa Claus. Ich werde auch nicht falsch. Oh, oh. Was ist denn los? Hä, Santa Claus. Hände hoch. Hey, hey, hey. Ah, du schon wieder, ne? Hände hoch. Das sind gar nicht deine Autos gewesen hier. Nein, warum machst du meine Autos kaputt? Hey, guck mal. Alle da sind hier. Hä, wo? Hey, bleib stehen. Hä? Oh, der ist schon wieder fast... Wie, was findet der? Äh, äh, äh. Er ist weg. Verdammt. Okay, Leute, aber egal. Der war immer hier. Das war jetzt eine gute Vierte. Und der ist vielleicht mich am Jagen. Ja, wir werden erstmal gucken. Nach dem Zweiten Anwesen. Wenn der da ist, dann werde ich mir den snappen. Und mach den kaputt. Ja. Ich werde ab sofort Weihnachten kaputt machen. Und ich werde jede Weihnachten dafür sorgen, dass Torn nackt ist. Und euch dann werden wir Geschenke versorgen, ja? Wer immer abonniert, Like und Blog aktiviert. Geil gesetzt wird worden. Ganz einfache Ding. Also egal, ab zum nächsten Anwesen. 14 war die andere Nummer, ne? Oh, hier ist 20. Oh, ist der bei Bullas? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wir gucken mal. Oh, da sind viele. Oh nein, Alter. Das gibt... Oh. Sagt mal. Ey, ihr gehört zu Weihnachtsmann, oder? Was laberst du für eine Scheiße? Oh, Leute. Die wollen mich, glaube ich, auf den Arm nehmen. Weg, Händeluk. Alle weg, hier. Oh, mein Gott. Ich muss in Deckung gehen, in Deckung. Hey, du Ludolf. Händeluk. Wo ist der hin? Hey. Oh nein. Der zammt von Haus zu Haus. Oh, verdammt. Ich muss einmal in die Bullas loswerden hier. So, komm her. Komm her. Spürt man. Okay, Leute. Jetzt wisst ihr was. Die wollen, dass ich ernst mache. Ha. Minigun-Axion. Lauf, lauf. Oh. Fließt man's locker. So, der ist weg. Der ist weg. Oh, da hinten ist dieser Ludolf. Oh nein. Ich muss den nicht machen. Ich muss den nicht machen. Bleib still hin, Ludolf. Wo ist der hin? Ich kann auch auf der Klettern. Wo ist der hin? Weg auf die Seite. Nein. Oh. Ah, da hinten. Ludolf. Hände low. Oh. Ich glaube, mein Ende felfen. Wo laufen der hin? Nein, nein, nein. Hände low. Nein, 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 nein. Ah, ich hab dich. Hände low. Langsam, fah. Nein, ich bleib still. Oh, du bist nicht. Ich werde nicht kommen. Sie kriegen mich nicht. Ich werde ihn tasern. Nein, du glaubst, ich krieg dich nicht, ja? Und? Hör auf, meine Ecken zu laufen. Oh! Ha! Laser! So, leins langsam. Mach deine Hörner kaputt, dein gut verstanden. Leins bitte, wenn die Hörner kaputt ist. Du weißt gar nicht, wie soll ich mich flöten, dass ich dich gefunden habe? Du weißt gar nicht. Pass mal auf, mein Kleiner. So, an die Wand. An die Wand! So, Ludolf. Ich will wissen. Was will der Weihnachtsmann von mir? Ich weiß es nicht, Mann. Ich bin doch nur der, 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 der... Oh! Ich schieße jetzt, ich schieße jetzt. Hol sie euch, Leute! Wer ist denn? Hol sie euch! Schieß ihn ab! Verdammt, ey! So, okay. Oh, ich will mir jetzt wieder... Ah! Oh, 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 oh. Diese verdammten Bullas. Wann lernt jetzt endlich mal, dass ihr keine Songs habt gegen mich? Wo ist dieser Ludolf hin? Ludolf! Oh! Oh, Leute, ich werde diesen Rudolf nicht so kaputt machen. Ich glaube, ich muss den erst verprügeln und danach erst verhüllen. Ich glaube, das ist eine bessere Option, ja? So, wo ist das denn? Aber hier ist noch irgendwo zu... Oh, du denkst, du kannst wegfahren mit meinem Auto? Ja, da wurde gedacht, ja? Rudolf, Fähigkeit zu fliegen. Aktivieren! Ah, okay, beleistert jetzt. Ich werde den Mist machen. Oh, ah! So, erst mal die Beine kaputt machen hier. So, Rudolf, hä? Was willst du, Max? Lauf da nicht. So, Rudolf. Mein Kopf. Pass mal auf, mein Freund. Guck mal, das ist eine deiner Bullers, Freunde. Das ist eine deiner Bullers, Freunde. Du, du mir jetzt erzählen, wo ich die Meinung nach zu empfinden. Der hat einen anwesend, anwesend groß. Der Risse ist die Santa Claus Street 4. Oh, okay, darauf hätte ich selber kommen können. Ja. Was hat er für ein Problem mit mir? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Oh, nein. Na gut. Kannst du schwimmen? Nee. Gut. Ich möchte mir die gleiche erzählen, warum der was von mir will. Ja, okay, okay, hör auf, Mann. Ja, was denn? Du willst Weihnachten kaputt machen von ihm. Er ist der Geschenketipp und nicht du. Nein, ich will das. Der Geschenketipp. Der Tornacken ist cooler. Nein, du, Klaus. Nein, bitte. Ich habe nichts zu tun. Ich werde auch seine Geschenke nicht ausliefern. Bitte, lass mich bitte. Ich habe gesagt, ich werde ihn nicht ertrinken lassen, aber... Rudolf. Auf Wiedersehen. Nein. Oh. Na gut, wie man sagen, Rudolf, Problem. Haben wir beseitigt, Leute. Ah. Aber ein Santa Claus Street, bla, bla, bla. Ich habe nur einen Anwesen da. Das ist doch bei den Bergen da, Leute. Den werden wir uns jetzt snappen. Er wird die Lache von Dorn zu spüren bekommen. Kalt, eiskalt. Baby, let's go. So, hier wohnt der Leise, dieser verdammte Weihnachtsmann. Oh nein. Ich wusste es doch, Leute. Wir könnten eigentlich ganz mal hingehen, klopfen mit den Diskotilen. Aber... NIEMAS MIT DOREN LIEGEN! So. Oh. 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 Okay, okay, okay. Wir fangen an zu stürmen, eh. Fangt mal an zu stürmen, eh. No. Kommt her. Für diesen Kampf, ich bringe Bolenboden. Oh, da viele Bodenkloppen, eh. Nichts lässt. Ah, der Typ hat sich wohl vorbeleitet. Er weiß nicht, wie man sich anlegt, eh. Oh, so. Hä? Oh, ein Helikopter. Oh, die Polizei kommt auch noch zu helfen. Oh. Oh, kommt her. Guck, guck. Twan ist da. Ah. Twan ist hier wohl. Eh, komm, la Kitten angefriert. Oh, 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 oh. Oh, fließt das. Ah, mit Twan anlegen, ihr wolltet euch. Kein Problem. Mit Twan kann man sich hier anlegen, eh. Mit Twan kann man sich anlegen, oder was? Habt ihr legt nochmal alles, ich gelernt, oder was ist hier all? Sorry, Zuckerpuppen. So. Oh, ist hier noch einer? Dahinter. Oh, man, diese verdammten Helikopter. So, du weg. Will noch ein Helikopter ärger? So, du auch weg. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, fast alle von dieser Army. Haben wir, oh, ah, hinten noch, willst du, hä? So, fließt das? Fließt mein Hass? Oh, das hört sich cool gelern. So, wo ist Santa Claus? Wo ist Santa? Oh, mein Gott. Wo verdammt er hier? Kommt da, verzieh dich. Geh weg. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Oh, der ledet hier. Du bist du schon wieder hier. Ah. Komm, raus. Hier oben bin ich. Hier oben bin ich. Hier oben bin ich. Hier oben bin ich. Oh, du denkst, du kannst dich mit mir überall lustig machen, ne? Oh, 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 oh. Oh, das ist aber jetzt einer hätte ein Ding gewesen. Ah. So, komm raus. Ich mach das Haus kaputt. Mir egal. Weihnachtsbaum. Komm, eins gegen ein. Du gegen mich, hä? Wer Weihnachten... Du willst mich nicht wegen den Turren. Oh, Leute, wir müssen hier. Die Polizei ist schon hier. Na, glaubst du, Polizei macht mir Angst? Oh, oh, oh. Verlass alle das Haus. Ich stürze gleich rein. Oh, ich muss aus... Oh, der will raus. Der will raus. Das ist gut, das ist gut. Der will raus. Oh, 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 oh. Ich stelle. Ich stelle. Ausdecke. Hier unten. Wo bist du, Weihnachtsmann? Oh, da hinten. Wir wollen ein Auto einsteigen. Nein, wir müssen unser Ulus. Wir müssen unser Ulus. Tu los. Aua. Oh, oh. Oh, oh. Warte, aber keine Zeit. Tu los. Egal, hier hat ein Pusse. Perfekt. Das ist auch so versteckt. Sehr gut, Leute. Das ist ein Vorteil für mich. So, bleib stehen, mein Freundchen. Oh, 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 oh. So, aussteigen und er knallt. Du willst mich nicht wegen du. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, du bist du, du, so Autofallen. Hey, hey, hey. Oh, Leute, wir müssen nicht. Du willst mich nicht wegen du. Oh, nein. Verdammt, wir müssen so außen rum fahren, Leute. Weil der... Oh, sonst hat er mich vielleicht abgehängt. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir müssen jetzt schnell unter. Wir müssen jetzt schnell unter. Oh, den werden wir uns jetzt snappen, Leute. Den werden wir uns jetzt snappen. Ich glaube, mein Ende pfeifen. Ah. Okay, 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 okay. Nein. So, hier durch. Oh, Leute. Ah. Verdammt, mein Auto ist angeschlagen. So, der müsste gleich hier kommen. Der müsste gleich hier kommen. So, ist ein paar Bomben vorbeleiten? So. Dann fahr mal hier durch, mein Freund. Na, wann kommst du, mein Freund? Wann kommst du, hä? Ah, da ist der Duck, da ist der Duck. Ja! 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 So, mein Freund. Du hast... Du hast... ...weihnachten kaputt gemacht. Na, das mag sein, aber... Du! Steh auf! Ah! Lass mich gehen! Du wirst niemals... ...weihnachten kaputt machen. Oh, was lasst denn aus sollen? Ja, der ist kaputt. Ja! Leute! Da weg, wir haben Twan-Nachten gelettet. Und wir können uns full of Twan-Nachten vorbeleiten. Ah, Leute. Wenn ihr auch Bock auf Twan-Nachten habt, dann lasst ihr ein Like. Abonniert, seine Glocke aktiviert. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Video wieder. Tschüss, euer Twan! Tschüss!